Wir haben sehr viele Ausländer, die jetzt zu der Dominikanischen Publikum kommen. Die Situation hier in der Dominikanischen Publikum ist jetzt sehr gut. Dies ist eine sehr gute Zeit. Ausländer scheinen das gehört zu haben. Und jetzt kommen viele Leute hier. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht es jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Länder, die durchaus auch interessant sind als Wohnort oder als Unternehmensort. Und heute sprechen wir über die Dominikanische Republik. Der eine oder andere war ja vielleicht schon mal auf der Domrep. Also, ich selber habe dort mal versucht, zum Beispiel, wir haben ja nie vergessen, meinen Tauchschein zu machen. Habe ich dann leider abgebrochen. Aber ich habe da mein Meringue gelernt. Also, ich bin dann übrigens anstelle vom Tauchschein, bin ich reiten gewesen. Also, wunderschönes Gelände zum Reiten habe ich da gefunden. Und Meringue, klar, wer kennt es nicht? Also, ich glaube, jeder, der da das erste Mal in dem Land gewesen ist, da wird da im Prinzip am ersten Abend, egal in welchem Hotel er ist, auf irgendeine Bühne geschleppt und muss mehr reingelernt. Das ist aber eben nicht das einzig Schöne. Also, es gibt viele andere Dinge, die viele nicht wissen. Zum Beispiel auch, dass die Dominikanische Republik einige Weltrekorde hält. Zum Beispiel die längste Süßwasserhöhle der Welt unter anderem. Es gibt auch interessante Tiere, die man sonst an anderen Orten der Welt nicht so findet. Zum Beispiel einen speziellen Leguan oder eine Seekuh oder eine Ameisenfressratte und so weiter und so fort. Also, es gibt vieles über dieses Land, was aber heute gar nicht so im Mittelpunkt steht. Wir wollen uns ja heute mit unserem geschätzten Gast mal über so ein paar Aspekte unterhalten, die das Land als eben Wohnsitz, vielleicht auch als Sitz für Business interessant machen könnte. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir uns natürlich auch über Merenge und über die lokale Küche dann noch unterhalten. Das werden wir dann einfach sehen. Wir freuen uns auf alle Fälle, liebe Sarah Sikard, dass Sie heute Zeit haben für das Gespräch und uns ein bisschen Hintergrundinformationen noch über die Dominikanische Republik geben können. Also, herzlich willkommen bei uns hier auf unserem Podcast-Kanal. Vielen Dank. Vielleicht mal so eine erste Frage. Was finden Sie denn selber, wenn Sie jetzt gefragt werden, was ist der faszinierendste Punkt an der Dominikanischen Republik? Und Sie dürften jetzt, sagen wir mal, nur so in einem Satz antworten, so mal komprimiert. Was würden Sie sagen? Für mich, was mir stolz macht an unserem Land, sind die Menschen. Die Dominikaner sind sehr offene und freundliche Menschen, die gerne hilfsbereit sind und ein gutes Gefühl geben. Die Menschen ist was, wir haben Strände, wir haben ja ein gutes Klima und alles. Aber wenn man Leute fragt, was sie wunderbar finden in unserem Land, dann sagen viele Leute immer dieselbe Sache, dass die Menschen sehr freundlich und hilfsbereit sind. Und das macht mich sehr stolz, wirklich. Habe ich auch so wahrgenommen, wie gesagt, bei denen, ich glaube, zwei oder dreimal waren wir da im Urlaub in dem Land. Also man hat so den Eindruck, dass die Leute das Leben, also irgendwie eigentlich selbst die Einheimischen dort, als wären sie auch im Urlaub auf der Insel, so habe ich das irgendwie wahrgenommen. Also sie haben so einen lockeren, so einen leichten, immer fröhlichen Lebensstil. Sebastian, wie ist denn das bei dir, Dominikanische Republik? Also A, würde uns mal interessieren, warst du schon mal da? Und B, hast du eigentlich öfters mal so von Mandanten Nachfragen zur Dominikanischen Republik bekommen in letzter Zeit? Also ich war leider noch nicht da, aber was ja noch, was ja nicht ist, kann ja noch werden, wie man so schön sagt. Und absolut, natürlich haben wir immer wieder Mandanten in regelmäßigen Abständen, die sich für die Dominikanische Republik interessieren. Die ist ja sowieso generell, kann man sagen, im deutschsprachigen Raum sehr beliebt, auch vor allen Dingen als Feriendomizil. Auch viele haben Ferienhäuser da, viele überlegen sich dort den Ruhestand zu verbringen. Also absolut, die Dominikanische Republik ist sicher für viele, die dort, sag ich mal, in die Karibik ziehen wollen, eine sehr beliebte Insel, sicher ein Favorit. Ja, absolut. Als Auswanderungsziel, das ist das, was der Sebastian ja gerade auch erwähnt hat, dass einige, das zu uns Auge fassen, Frau Sikard, was sind denn Ihrer Meinung nach für jetzt Auswanderer, also für jemanden, der aus Deutschland, Österreich, Schweiz auf der Suche nach einem neuen Wohnsitz ist, was könnten für denjenigen so Gründe sein, zu sagen, also Dominikanische Republik muss bei mir auf die Sportlist, kommt bei mir auf die ersten drei Plätze? Ich würde sagen, dass Kosten und Lebensqualität würde eine der Sachen sein. Denn unsere Kultur, unser Wetter, immer muss man die natürlichen Attraktionen nennen, Strände, Flüsse, Berge. Man muss aber sagen, die Rechtssicherheit ist hier ja sehr gut. Und was uns jetzt ändert von den anderen Ländern der Region, ist unsere politische Stabilität und Ordnung. Wir sind ein Land, wo es eine sehr stabile Demokratie haben. Das ist ja sehr wichtig. Aber generell, weil Sie das gerade erwähnt haben, jetzt was Kriminalität und Korruption betrifft, hat ja die Dominikanische Republik trotzdem noch einiges, einige Hausaufgaben zu erledigen, oder? Würden Sie sagen, da hat man... Natürlich, natürlich, natürlich. Aber in den letzten vier Jahren haben wir schon sehr viel in diesen Fächern gearbeitet. Wir haben einen Prosecutor, der sehr independent ist, nicht von der Regierung, die jetzt hier ist. Sie hat sehr viele dieser Personen in diesen letzten vier Jahren gemacht mit Korruption. Und diese Regierung hat selbst dieselben Personen, die jetzt in der Regierung sind, die die Sachen falsch gemacht haben und Korruption gemacht haben, die sind jetzt in der Prision. Und das ist gut, dass die Leute sehen, dass man jetzt Konsequenzen hat für solche Sachen. Jetzt eine Frage, aber trotzdem nochmal, das habe ich vergessen am Anfang zu fragen. Sie sprechen ja sehr gut Deutsch. Und wahrscheinlich ist das eine der naheliegendsten Fragen, auch die jetzt unseren Zuschauern und Hörern kommen. Warum spricht die Frau Sarah Sikard so gut Deutsch? Und wie hat sie es eigentlich selber auf die Dominikanische Republik verschlagen? Als ich sehr jung war, ich bin nach Deutschland gegangen mit meinen Eltern. Mein Vater war Generalkonsul in Hamburg und dann in Antwerpen, in Belgien. Und ich habe meine ersten acht Jahre von Kindergarten bis zur sechsten Klasse in Deutsch gemacht. Und ich habe es niemals vergessen. Da ist es in meinem Gehirn geblieben. Jetzt arbeite ich auch für die Deutsche Botschaft. Und ich habe auch ein paar Kinder, die von Deutschland kommen. Und dann kann ich immer mein Deutsch praktisieren. Okay, klasse. Wir sollten vielleicht nochmal hier für die jetzt in Geografie und Geschichte weniger bewahnten Zuschauer und Zuhörern nochmal kurz hier helfen, ein bisschen die Dominikanische Republik einzuordnen. Also sie befindet sich ja, die Dominikanische Republik, auf der Insel Hispaniola. Und das war ja eigentlich die erste Insel, die Kolumbus entdeckt hat. Also wenn man sagt, Kolumbus hat 1492 Amerika entdeckt, dann muss man sagen, er ist eigentlich auf Hispaniola gelandet. Also er hat Hispaniola entdeckt. Auf Hispaniola gibt es ja heute zwei Staaten. Es gibt im Westen Haiti und im Osten die Dominikanische Republik. Ungefähr auf der ganzen Insel, also Tahiti und Dominikanische Republik, ungefähr 23 Millionen Menschen. Wobei 12 Millionen in der Dominikanischen Republik. Und ich glaube, die Dominikanische Republik ist ungefähr so groß wie die Schweiz, oder? Habe ich das gut auswendig gelernt? Ja, ungefähr. Ich denke 44.000 Quadratkilometer. Ich habe es mir angesagt, ungefähr ein bisschen größer als die Schweiz, aber so ungefähr die gleiche Größe. Ja, also sehr interessante Geschichte, sehr wunderschön dort gelegen. Ja, sehr viele interessante Aspekte. Jetzt Deutsche, die jetzt zu Ihnen kommen, also Ihre deutschen Mandanten zum Beispiel, was sind das so für, sage ich mal, Personen, hauptsächlich jetzt welche, die gerne sich dort niederlassen wollen oder die dort jetzt vielleicht Immobilien kaufen wollen oder Unternehmen gründen wollen? Wer kommt so zu Ihnen? Am meisten sind es Leute, die hier Immobilien verkaufen wollen oder für Geschäftschancen. Dann haben wir auch Künder, die mit Tourismus zu tun haben. Das ist am meisten. Macht Sinn. Interessant, ja. Früher hat ja, hat ja die Dominikanische Republik hat ja auch im Bergbau eine relativ lange Tradition, beziehungsweise man hat auch viele Bodenschätze, die man da aus dem Land holt. Ich weiß gar nicht, wie das heute überhaupt noch eine große Rolle spielt, aber ich glaube, da hat Dominikanien einiges zu bieten. Ich glaube sogar auch Gold und andere Dinge. Ich weiß nicht, spielt das heute auch noch eine Rolle bei unseren Unternehmen? Ja, wir haben noch Gold und es spielt eine sehr wichtige Rolle in unserer Ökonomie. Aber die Dominikanische Republik ist nicht für ihren Gold bekannt. Meistens haben wir Tourismus. Und Kaffee ist eigentlich auch eine Sache? Kaffee, ja, natürlich. Da habe ich damals wirklich gestaunt, weil als wir da auf der Insel waren, bekommt man das dort natürlich dann auch ganz anders mit. Während jetzt bei uns, ich sage mal, im Supermarkt habe ich noch nie dominikanischen Kaffee gesehen. Das gibt es dann eher in speziellen Kaffeeläden. Aber der dominikanische Kaffee, so wie ich in Erinnerung habe, ist halt ein schöner, milder Kaffee. Also es ist nicht so grandig oder hat keine hohe Säure. Also es ist eine gute Kaffeemarke. Schade, gibt es ihnen bei uns relativ selten. Aber wenn Sie jetzt mal einen Kaffee trinken, trinken Sie dann dominikanischen Kaffee oder kaufen Sie dann... Dominikanisches Kaffee. Kaffee, Kaffee, ja. Wir haben auch Schokolade, wir produzieren Schokolade und... Kakao auch kein... Wir exportieren zu Lindt... In der Schweiz, ja. Naja, interessant. In der Schweiz, ja. Da hatten wir doch vor kurzem auch jemanden, Sebastian, aber mir fällt gar nicht auf, wer es ist, der sagt... Kolumbien. Kolumbien war das, ja genau. Genau, es hat doch irgendeiner gesagt, Kolumbien, schade, sie sind nicht so clever, sie machen nicht selber die Schokolade, sie verkaufen den Kaffee, den Kakao in die Schweiz, die dann reich damit werden. Naja, das ist oftmals... Ja, genau. Ja, und was, um es einfach nochmal zu betonen, was ich jetzt sehr, sehr spannend finde, gerade für jemanden, der auswandern möchte in die Dominikanische Republik, das Wetter, ich glaube, Sie mögen mich korrigieren, aber wenn ich da so Januar bis Dezember mir die Wetterdaten anschaue, dann ist da, sagen wir mal so, von der Höchsttemperatur ein, zwei Grad Unterschied. Also man hat jetzt keine riesengroßen Schwankungen, sondern das ganze Jahr ist das Wetter gleich. Das Einzige, das hat uns auch ganz schön erwischt, einmal, weil da haben wir überhaupt nie gedacht, damals, so jung und naiv sozusagen, wo wir zum ersten oder zweiten Mal da hingefahren sind, ist halt, es gibt schon eine heftige Regenzeit, wo man einfach sagen kann, es gibt da irgendwie so ein, zwei Monate, da regnet es fast jeden zweiten Tag, wenn es reicht. Mai und Juni regnet es sehr viel. Ja, aber es regnet für ein, zwei Stunden, dann geht es weg. Genau, naja, es kann aber auch zwei, drei Stunden später nochmal für ein, zwei Stunden regnen, wo wir da gewesen sind. Aber das Schöne ist, unabhängig davon, also auch bei Regen, das Wasser ist ja trotzdem schön warm und man kann es trotzdem genießen. Also es hat schon eine gewisse Romantik. Okay, wahrscheinlich, wenn jetzt jemand lokales Business machen wollte, haben wir also gesehen, Tourismus wahrscheinlich das, das Wahrscheinlichste, das Einzige, wenn man ja lokal da vor Ort was machen will. Ansonsten haben wir ja auch viele Mandanten, da müssen wir nachher noch drüber sprechen, die zwar einen neuen Wohnsitz suchen, also gerne irgendwo umziehen, aber eben dann von dort aus im Ausland tätig sind, eben das Land als Wohnsitz benutzen. Aber bevor wir dann ins Detail gehen, sollten wir jetzt das ganze Thema Visa und Aufenthaltsgenehmigung uns mal anschauen, weil das ist ja immer der erste Schritt sozusagen, Länder auf die Schordliste zu setzen. Also wie einfach oder schwer ist es denn, wenn ich jetzt länger als nur so einen typischen Touristenaufenthalt verbringen will auf der Insel, wie einfach oder schwer ist es für mich denn ein Visum zu bekommen, also einen längerfristigen Aufenthalt, sagen wir mal mindestens von Jahr. Wir haben drei Arten von Visa und Residenz. Man hat hier die Arbeitsvisa und Residenz und dann haben wir auch die Rentnerresidenz oder Investitionsresidenz. Alle drei Residenz werden ja ungefähr dieselbe Zeit dauern, aber die haben verschiedene Sachen, die man machen muss. Für eine Arbeitsvisa und Residenz muss man ja einen Arbeitsvertrag haben mit einem Unternehmen hier in der Dominikanischen Republik. Dieses Vertrag muss in den Arbeitsministerien autorisiert werden, bevor diese Person hier arbeiten kann. Wir haben ja auch für Personen, die nicht hier arbeiten, in einem lokalen Unternehmen arbeiten werden, haben wir aber auch die Rentnervisa und die Investitionsvisa. Die einfachste würde die Rentnervisa sein. Die Rentnervisa ist für Leute, die ein Einkommen von mindestens 2000 Dollar haben. Man muss dann zeigen, dass man ein Einkommen hat für mindestens 2000 Dollar monatlich. Für einen Investitionsvisa muss man zeigen, dass man eine Investition hier in der Dominikanischen Republik für mindestens 200.000 Dollar gemacht hat. Oder dass man ein Finanzinstrument oder in einem Dominikanischen Unternehmen eine Investition für 200.000 Dollar gemacht hat. Das heißt, das könnte auch eine Immobilie dann sein, die ich lokal kaufe. Das könnte ja auch eine Immobilie sein, ja, natürlich. Mit der Investitionvisa müsste man diese Investition bei der Dominikanischen Investitionszentrum registrieren. Das einfachste würde eine Rentnervisa sein. Das würde ich empfehlen. Ab welchem Alter kann man denn das beantragen? Nein, da gibt es keine Restriktion mit Alter. Also, man muss nur zeigen, dass man ein Ankommen von mindestens 2000 US-Dollar hat. Also, kann jetzt zum Beispiel jemand, der 35 Jahre ist, sagen, ich möchte, aha, dann interessant. Natürlich, ja. Genau. Das ist kein Problem. Ich habe gehört, dass bei der Variante, die Sie genannt haben mit dem Investment in Höhe von 200.000 US-Dollar, kann man doch dann auch sehr schnell, wenn man möchte, die Staatsbürgerschaft erhalten von der Dominikanischen Republik. Stimmt das? Ja, das würde schneller sein. Aber das Prozess mit der Registrierung dauert ein bisschen. Mit beiden Visa und Residenzen, die Rentner und die Investitionsvisa, kann man mit diesen beiden danach, nach einigen Jahren, die dominikanische Nationalität bekommen. Mit der Arbeitsvisa geht das nicht. Aber mit diesen zwei kann man das machen. Aber war es nicht mal so, dass es bei der Möglichkeit mit der Immobilie oder der Investition unheimlich schnell ging? Also, sowas wie ein Jahr oder weniger als ein Jahr sogar? Ja, das ist wahr. Mit dieser Visa ist es, die Nationalität geht schneller. Genau. Also, ich hatte gelesen, es ist sehr, sehr schnell. Also, wie gesagt, wenn man möchte, geht es, glaube ich, sogar sechs Monate nur. Vielleicht sollte ich jetzt kurz hier einwerfen, also der Pass. Also, viele unserer Mandanten, muss ich sagen, sind interessiert heutzutage auch an verschiedenen Staatsbürgerschaften. Ja, ich meine, es gibt ja die bekannten Citizenship-by-Investment-Programmen, die natürlich so, also Antigua und Berbuda, Kits & Nevis, San Lucia und diese ganzen, aber eben auch an alternativen Modellen. Ein Vorteil ist eben jetzt Dominikanische Republik, für viele würden sehen, erstmal ist es schöner. Ja, also, ich meine, die Insel, die ich gerade eben genannt habe, ehrlich gesagt, für viele, vielleicht mit der Ausnahme von Grenada, sind nicht sehr schön. Ja, Dominikanische Republik ist sehr schön, ist auch viel größer, können sich viele vorstellen, zu sagen, okay, da hätte ich vielleicht gerne Immobilie. Und es ist ja natürlich besser, wenn ich für 200.000 Dollar eine Immobilie erwerbe, als jetzt für 100.000 irgendeinem Staat eine Gebühr bezahle, letztlich. So, jetzt muss man sagen, dass natürlich der Pass der Dominikanischen Republik momentan zum Reisen noch nicht sehr gut ist. Es gibt nicht viele Länder, wo man visumsfrei einreisen kann, zum Beispiel braucht man Visa für die EU, Schengen-Raum und so weiter und so fort. Aber, aber, wiederum weiß ich, dass es mit, wenn man diesen Pass hat, der Dominikanische Republik, ist es sehr viel einfacher, andere Pässe zu bekommen, zum Beispiel Mexiko. Mexiko geht dann nämlich innerhalb von nur einem Jahr wiederum und der mexikanische Pass ist sehr gut, ja. Also, das heißt, der erlaubt es in viele Länder visumsfrei einreisen. Von daher kann die Staatsbürgerschaft der Dominikanischen Republik, auch wenn man zunächst sagt, okay, so viele Länder visumsfrei, kann ich damit nicht bereisen. Kann sehr interessant sein. Ja, natürlich, natürlich. Wir haben sehr viele Ausländer, die jetzt zu der Dominikanischen Republik kommen. Die Situation hier in der Dominikanischen Republik ist jetzt sehr gut. Dies ist eine sehr gute Zeit. Ausländer scheinen das gehört zu haben. Und jetzt kommen viele Leute hier und viele Leute suchen auch, die Bürgerschaft zu bekommen. Ja, nee, kann ich mir vorstellen. Ist ein sehr interessantes Angebot. Eine Sache, die mich mal interessieren würde, ist, die Situation in der Dominikanischen Republik ist ja sehr, sehr viel besser als im Nachbarstaat Haiti, wo ja sehr historisch auch gesehen die Lage kompliziert ist und auch schwierig ist. Führt es eigentlich zu Spannungen auf der Insel, so für Sie im Alltagsleben, dass da doch so eine große Ungleichheit ist zwischen den Ländern? Die Situation mit Haiti ist sehr traurig. Wir in der Dominikanischen Republik, wir sind sehr verschiedene Länder. In Haiti ist es, Ihre Geschichte ist nicht sehr gut gegangen. Ich weiß nicht, was da geschehen ist. Aber wir sind sehr verschiedene Kulturen auch. Nicht nur, Sie sprechen Batois oder Französisch da und wir sprechen Spanisch hier. Aber unsere Kulturen sind sehr verschieden. Mit der Situation in Haiti jetzt ist unsere Grenze mit Haiti geschlossen. Seit sehr vielen Monaten. Nichts kommt rein. Wir haben eben eine Mauer gebaut. Normalerweise haben wir Kommerz, gutes Kommerz mit Haitian. Die kaufen sehr viele Sachen, die wir hier produzieren. Aber jetzt leider ist die Grenze geschlossen. Und hier, unsere Sicherheit ist sehr gut. Wir haben kein Problem mit Haiti. Die Vereine und Staaten wollten, dass wir hier unsere Grenze öffnen. Aber es ist nicht möglich, weil es ein Problem für uns sein würde. Wir müssen warten, bis sie ihre Situation lösen können. Und bis dann können wir unsere Grenze nicht öffnen. Also es war damals zumindest, wo wir da gewesen sind, gab es, hieß es immer, dass halt unwahrscheinlich viele Migranten halt aus dem Nachbarland da in die Domrep einwandern. Ganz klar, wegen Arbeit, wegen finanzieller Situation. Was mich in dem Zusammenhang interessiert, weil, wie der Sebastian von uns gesagt hat, gibt es ja viele, die wirklich gezielt nach dem Land suchen, in dem es auch möglich ist, die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Und dabei kommt immer eine ganz wichtige Frage. Hat das Land, bei dem ich eventuell künftig eine Staatsbürgerschaft dann durch Investment oder durch einfach, indem ich mich da aufhalte, bekomme, hat das eigentlich eine Armee? Könnte es sein, dass meine Kinder oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall ich selbst dann bei einer Armee Werdienst leisten müsste? Es ist übrigens auch ein interessanter Punkt, weshalb viele ja momentan auf einen deutschen Pass sogar überlegen, abzugeben und einen anderen Pass. Also wir haben das überhaupt nicht. Wir haben das niemals gehabt in unserer Geschichte. Aber Sie haben eine Grenze auf der Insel, deswegen muss man ja fragen, weil ich meine, letztendlich ist es eine Grenze. Die Grenze muss gesichert werden, also muss es ja eine Art Armee geben oder macht das doch die Polizei? Ja, wir haben eine Armee, aber die Armee ist freiwillig, gehst du in die Armee. Es gibt keine Konskription. Also es gibt keinen Wehrdienst, keinen Pflichtverdienst. Ein Wehrdienst, ja. Ein Wehrdienst. Gut zu wissen. Interessant. Die Armee ist dann meistens für die Sicherheit der Grenze und für die Sicherheit des Landes. Katastrophenschutz wahrscheinlich. Und so weiter, ne? Ja. Sie sitzen ja jetzt wo genau? In Santo Domingo? Ich bin hier in Santo Domingo, in der Hauptstadt der dominikanischen Republik. Genau. Das fiel mir vor uns auch noch ein, als der Sebastian sagte, also das Erwähnte, also eben zum Beispiel eben auch eine Investition, zum Beispiel 200.000, eine schöne Immobilie kaufen und dann dadurch auch relativ, sagen wir mal, im Fast Track vielleicht auch noch eine Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ich habe gestern mit einem Mandanten gesprochen, der auch gerade auf der Suche ist nach Wohnsitz, beziehungsweise zweite Staatsbürgerschaft bei Investment und da war auf einer karibischen Insel, Santa Lucia. Und er hat gesagt, also niemals würde er dort eine Immobilie kaufen. Er sagt, die sind alles so hässlich, die Insel ist hässlich. Er sagt, er möchte dort nichts investieren auf dieser Insel. Und das ist natürlich in dieser schönen Stadt Santo Domingo. Wir werden ein paar Bilder dann einblenden im Video. Es ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Also einfach gibt es schöne Möglichkeiten, dort zu investieren, auch einfach ein Haus zum Beispiel zu kaufen, damit man stolz sein kann. Das zeige ich gerne. Und das ganze Umfeld ist natürlich auch schön. Ja, die Stadt ist sehr, sehr gut. Deutsche Leute, Ausländer in general, wenn sie kommen, mögen sie am besten Dörfer oder Stadtstädte, die nahe des Strands ist. In Santo Domingo sind wir am Strand, haben wir das Meer nebenan, aber da gibt es keinen Strand, keinen guten Strand. Dann mögen die Leute viel besser. Oder zum Beispiel Puerto Plata oder Samana, Las Terenas oder Punta Cana. Genau. Das kennen wir auch noch gut. Die Mandanten, die jetzt zu Ihnen kommen, da sagten Sie ja, einige kommen auch schon wegen Business. Und deswegen sollten wir noch mal ganz kurz über das Thema sprechen, Firmengründung. Also wenn ich jetzt als Ausländer in die Dominikanische Republik komme, würde jetzt eine Firma gründen und mich bei der Firma selber anstellen, würde das auch eine Möglichkeit bedeuten, jetzt ein Visum zu bekommen oder funktioniert das so nicht? Man braucht kein Visum, um am einen Unternehmen hier in der Dominikanischen Republik zu gründen. Wenn man hier nicht lebt, braucht man kein Visum. Naja, aber wir hätten ja gerade davon gesprochen, weil das wäre eine Art Visum, über das wir noch nicht gesprochen hatten. Also wir haben ja gesagt, ich kann ein Rentnervisum nehmen, ich kann das Investmentvisum nehmen oder ich kann angestellt sein. Aber ich könnte natürlich auch kaum sagen, ich gründe selber eine Firma und stelle mich bei meiner eigenen selbst gegründeten Firma an. Ist das auch eine Sache, die einige machen? Funktioniert das? Natürlich, natürlich. Mit einem Unternehmen kann man dann viele Commerz machen, nicht in einer persönlichen Weise, aber mit einem Unternehmen. Das ist immer sehr gut, dass man das, ihre persönliche Finanz von den Unternehmen einen Unterschied hat. Und es ist immer eine gute Idee, ein Unternehmen zu haben, um ein Geschäft zu öffnen, damit es nicht persönlicherweise ist, aber mit einem Unternehmen. So, also ich komme jetzt zum Beispiel nach auf die Dominikanische Republik und würde jetzt zu Ihnen kommen und würde sagen, ich möchte Sie bitten, unterstützen Sie mich dabei, hier eine Firma zu gründen. Was gibt es da so für Unternehmen? Was kostet das, so eine Firmengründung? Wie schnell geht das? Hat man dann auch Probleme dort mit Korruption an dieser Stelle oder läuft das alles digitalisiert? Wie kann man sich das vorstellen? Das Prozess läuft gut. Man hat meistens drei Modelle, die man hier hat. Man hat die Kapitalgesellschaft. Das in Spanisch ist SEA. Das ist normalerweise für große Investitionen und eine komplexe Unternehmungsstruktur. Dann gibt es Simplified Corporations, S.A.S. mit dem spanischen Akronym. Das sind für großen oder mittleren Investitionen. Die sind ein bisschen mehr flexibler als die S.A. Und dann haben wir die Gesellschaften mit bestrengter Haftung. Das sind die LLCs oder SRL. Das sind für kleine Investitionsgeschäfte oder mittlere Investitionen, wo es nicht Aktionen gibt, aber Partners. Das Prozess ist, naja, man muss einen Namen wählen und dann diesen Namen registrieren. Und wenn der Aktionär ein ausländisches Unternehmen ist, muss man die Grundstückdokumente in Spanisch übersetzen. Für die Grundung muss man eine Steuer von 1% des Gesellschaftskapitals bezahlen. Unsere Kanzlei, das Anwaltsgebur, haben wir eine feste Koste. Normalerweise ist es 1.100 US-Dollar, wenn es eine normale Unternehmung ist. Und das Gründungskapital der Gesellschaft, Haftungskapital, wie viel muss man da einzahlen oder muss man es überhaupt einzahlen? Nein, man braucht das nicht eins zu zahlen. Man muss sagen, dass das Geld da sein wird, brauchte man das. Aber es muss nicht in einem Konto hereingehen. Und weil Sie gerade Konto sagen, ist es jetzt schwierig zum Beispiel für mich als Ausländer, wenn ich da einen Wohnsitz habe oder auch ein Unternehmen gegründet habe, zum Beispiel ein Konto zu eröffnen? Und kann man von dem Konto einer dominikanischen Bank ohne Probleme Geld aus dem Ausland empfangen und auch überweisen? Oder gibt es da irgendwelche Restriktionen? Es gibt keine Restriktionen über Geld, die hier ist, in einem Konto zum Ausland zu überweisen. Überhaupt keine Restriktionen. Mit den Kontos, sie zu öffnen, da hat man hier sehr Due Diligence. Die Banken, die machen einen sehr restriktierten Due Diligence von den Leuten, die die Kontos öffnen möchten. Aber natürlich ist es möglich. Es ist viel besser, wenn man schon Investitionen, wenn man hier in dem Land hat oder andere Leute kennt, die eine Referenz geben könnten. Das würde wichtig sein. Verstehe. Wie ist die Unternehmensbesteuerung? Also wie sind die Steuersätze für Unternehmen? Für Unternehmen ist 27 Prozent das Einkommenssteuer. Okay. Und wie ist die persönliche? Wie liegt die persönliche Einkommenssteuer? 25 Prozent. Okay. Ich habe gelesen, dass man, wenn ich jetzt dorthin ziehe, wenn ich dort umziehe in die Dominikanische Republik, in den ersten Jahren zahlt man auf ausländische Einkünfte noch keine Steuer. Stimmt das? Ja. Die ersten, wenn man hier in der Dominikanischen Republik wohnhaft ist, wenn man mindestens 182 Tage am Jahr hier bleibt. Es kann alles zusammen oder 182 Tage in verschiedenen Male, das man in einem Jahr macht. Wenn man dann wohnhaft hier in der Dominikanischen Republik ist, weil man hier so viel Zeit gebieten ist. Das Einkommenssteuer würde man zahlen, aber nur bis zum dritten, äh, ab am dritten Jahr. Ja. Eine sehr gute neue ist aber, wenn man eine Investitionsvisa oder eine Rentnervisa hat, dann wird man befreit von solch einer Steuer, wenn unser Einkommen von Ausland kommt. Ah ja, interessant. Sehr gut. Ah ja, okay, okay. Wenn das Einkommen von Ausland kommt und man diese Visa, die Rentnervisa oder die Investitionvisa hat, wird dieses Einkommen frei von Steuern, Einkommensteuern. Ah, das ist jetzt eine Neuregelung, ja? Ja, das hat man schon seit einigen Jahren gehabt. Ah ja, okay, seit einigen Jahren. Okay, sehr gut. Also das heißt, okay, interessant. Das heißt also, wenn ich dort letztlich lebe mit einem der Aufenthaltsbewilligungen, die Sie jetzt genannt haben, dann ist es tatsächlich so, dass ich letztlich ausländische Einkünfte steuerfrei vereinnahmen kann. Das heißt, das typische, was es ja in vielen Ländern der Region gibt, dieses Territorialprinzip, das heißt nur Einkünfte, wenn ich zum Beispiel dort eine lokale Tätigkeit hätte oder ein Unternehmen habe, was mir dann Dividenden auszahlt in der Dominischen Republik, dann müsste ich da Aufsteuern bezahlen. Das ist gültig für Einkommen, der vom Ausland kommt. Ja, ist klar. Ja, aber durchaus für viele interessant. Also könnte jetzt bei einigen Zuschauern führen, dass sie jetzt in dem Moment die Dominikanische Republik auf ihre Top 3 setzen, oder? Das glaube ich auch, ja. Ja. 100%ig, ja. Also gerade die Kombination, wie gesagt, ab 200.000 Euro eine schöne Immobilie zu kaufen, um einen Pass zu bekommen im Fast Track. Dazu noch das Thema, keine Steuern auf Auslandseinkommen, macht die Dominikanische Republik für, also unserer Mandanten, Sebastian, denke ich, sehr, sehr interessant. Sehr interessant, ja. Ja. 100%ig. Genau. Die Staatsbürgerschaft jetzt direkt, also ist das auch eine Sache, die Ihre Kanzlei jetzt mit unterstützt, also so eine Staatsbürgerschaft dann zu beantragen? Oder was sind das so, wo geht man da hin, wenn man sagt, also ich hätte das jetzt gerne, ich habe jetzt hier eine Investition für 200.000 Euro gemacht, und, beziehungsweise ich habe dieses, mir tut das irgendwie weh, Rentnervisum zu sagen, weil, wenn ich mir so vorstelle, ich kenne so eine junge YouTuber, die auf der Dominikanischen Republik wohnen, ich kann mir irgendwie nie vorstellen, ich kenne da so eine 20-Jährige, dass die ein Rentnervisum hat, also dann müssen wir nochmal klären, ob das wirklich Rentnervisum heißt, aber wie auch immer, ne? Ich glaube, es liegt am spanischen Begriff, ich glaube, der spanische Begriff ist Rentista, oder? Rentista, das ist das Wort, ja. Genau, und ich glaube, das heißt direkt übersetzt Rentner, aber es heißt doch Privatier oder einfach jemand, der vermögend ist oder sowas, ja. Alter hat aber nichts zu tun mit dieser Visa. Man kann Rentista sein mit 25 Jahren. Also wir nennen es mal Rentista, das klingt einfach schöner, oder? Also, wie auch immer, also ich denke, das ist sehr interessant, so jetzt der Prozess, machen Sie sowas, unterstützen Sie damit, oder? Ja, natürlich. Wir sind hier eine Kanzlei, die all diese Sache macht. Wir arbeiten sehr viel mit Ausländern, die hier arbeiten oder ein Geschäft machen wollen oder hier nur leben wollen. Und dann helfen wir Ihnen in dem ganzen Prozess. Danach fangen wir an mit der Visa und danach können wir die Bürgerschaft, den Prozess mit der Bürgerschaft auch machen. Klingt interessant. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Jetzt käme bei mir noch eine Frage. Wir hatten also auf der einen Seite darüber gesprochen, man kann sich schon schöne Immobilien kaufen. Aber generell, ist denn, ist denn überhaupt eine Auswahl da? Ist jetzt eher ein Überangebot oder ist es eher schwierig, eine Immobilie zu kaufen oder auch ein Mietobjekt zu finden? Wenn jemand, wir raten das ja unseren Mandanten auch immer, bevor man jetzt was kauft, ist es immer besser, wenn er im neuen Wohnsitz vielleicht erst mal ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr zur Miete gewohnt hat, um wirklich zu sehen, wo gefällt es mir hier, wo ist eine schöne Gegend? Ist das schwierig, ein Mietobjekt zu finden zum vernünftigen Preis? Wie kann man sich das vorstellen? Wie teuer ist das, so eine Wohnung oder ein kleines Haus zu mieten? Ich habe mir ausgesehen, die Lebenshaltskosten in der dominikanischen Republik vergleichen das mit Deutschland. Das habe ich gesucht. In allen Fällen wurde angegeben, dass die Lebenshaltskosten hier deutlich weniger sind als in Deutschland zum Beispiel. Die Mieten und alle sind viel weniger hier. Es müsste aber auch darauf abhängen, wo sie in Deutschland oder in der dominikanischen Republik leben wollen. Aber normalerweise kostet es weniger hier in der dominikanischen Republik. Wenn man hier eine Immobilie kaufen will, das Beste würde ich empfehlen, ist erst hier zu kommen und zu sehen, was alles ist. Wir haben Immobilienfirmas, die helfen suchen, einen guten Immobilien zu holen. Das würde ich empfehlen, eine Immobilienfirma zu bekommen, die man hilft. Und weil sie in dieser Firma auch die Due Diligence machen. Wir helfen da ja auch. Unser Kanzlei machte die Arbeit, um die Immobilien zu sehen mit der Regierung, ob es korrekt registriert ist, ob es keine Probleme hat und so weiter. Das machen wir auch für unsere Künder. Wenn jetzt jemand in der dominikanischen Republik wohnt und er hat jetzt einen medizinischen Eingriff, der gemacht werden muss vor sich, keine Ahnung, Blinddarm muss raus oder was auch immer vielleicht so mal kommen könnte. Macht man das auf der Insel oder fliegt man dann irgendwo anders in ein anderes Land, weil vielleicht die medizinische Versuchung doch nicht so optimal ist? Wenn man direkt zu der dominikanischen Republik kommt, es gibt sehr viele Flughafen, die eben nach Deutschland gibt, es gibt direkte Kontakte mit hier Santo Domingo und anderen Flughafen in der Insel. Es ist sehr einfach, zu der dominikanischen Republik zu kommen. Nein, nein, ich meine, wenn ich jetzt krank bin, ich muss ins Krankenhaus, also jemand, der jetzt auf der Insel wohnt, es ging darum, wenn ein medizinischer Eingriff vor mir liegt, wie gut ist denn das Gesundheitssystem auf der Insel, die Krankenhäuser, die Ärzte? Also ist alles in einem hohen Standard auf der Insel oder würde man als jemand, als Ausländer, der auf der Insel wohnt, dann lieber sagen, ich fliege da entweder wieder nach Hause oder woanders hin, in die USA könnte auch ausscheiden, das ist viel zu teuer, aber was würde man dann machen? Wenn Sie eine gute Versorgung wünschen, muss man zu einem privaten Krankenhaus hier in der dominikanischen Republik gehen. Hier haben wir an Orten zum Beispiel, die von Touristen und Expats frequentiert werden, gibt es Privatkliniken mit Standardpatientenversorgung und Intensivstationen und Operationszellen. Das Personal dieser Krankenhäuser kommunizieren auf Englisch sehr gut. Unsere Privatkrankenhäuser normalerweise sind gut. Okay, sehr gut. In den letzten Jahren haben wir ein Notrufsystem, das 911 eingeführt. Das ist sehr gut, diese Notdienste sind in Santo Domingo und in anderen Plätzen von der dominikanischen Republik. Porto Plata, Santiago, das funktioniert sehr gut, dieses Notrufsystem. In der dominikanischen Republik gibt es ja auch sehr viele Apotheken, wo man alle Sorten von Medikamenten kaufen kann. Man muss ja bevor zu einem Arzt gehen, damit er etwas schreibt. Jetzt eine andere Sache, die immer wieder Mandanten fragen, die jetzt gerade mit Kindern auswandern wollen. Wie ist denn das mit der Schule? Also wir machen das jetzt zum Beispiel Deutsche, die Sie kennen, die da auf die dominikanische Republik gezogen sind mit den Kindern. Gibt es deutsche Schulen, internationale Schulen oder Spanisch ist auch eine schöne Sprache, die man, denke ich, nicht zu schwierig ist zu lernen für Kinder. Oder schickt man die Kinder dann in die lokale Schule? Was machen so typischerweise die Auswanderer oder Einwanderer? Das öffentliche Bildungssystem, das ist das System, das die Regierung hat in der dominikanischen Republik, ist nicht sehr gut. Deshalb hat man besser die Privatschulen in der dominikanischen Republik. Hier in der dominikanischen Republik gibt es sehr gute Privatschulen. Viele von diesen Privatschulen sind in Spanisch und Englisch. Dann Kinder haben, wenn sie die Schule enden, können sie sehr gut in Englisch und Spanisch sprechen. Und dann ist es sehr normal für die Kinder, die das machen können. Danach mit der Gründung, die sie hier gehabt haben, können sie sehr gut in anderen Ländern zur Universität gehen. Wir haben sehr gute Universitäten hier auch, aber sie sind privat. Man muss dafür zahlen, aber es kostet nicht sehr viel. Gut zu wissen. Schön, Sebastian, was gibt es bei dir noch für Fragen? Nö, ich bin eigentlich so glunschlos glücklich. Schön zu wissen. Also ich denke, wir haben über eine ganze Menge unserer Fragen gesprochen. Auch die Schule hatten wir gerade noch, dann die Steuern hatten wir auch schon behandelt. Rentner, Retirement hatten wir besprochen. Vielleicht noch eine schöne Frage zum Schluss. Was gibt es denn Spannendes von der dominikanischen Küche zu berichten? Zum Beispiel, heute regnet es hier. Wir haben hier in der dominikanischen Publikum, jedes Mal, dass es regnet, sprechen die Leute, dass sie in ihrem Haus Sancocho machen werden. Sancocho ist eine Suppe, die viel Fleisch hat und Platanos und andere Sachen. Und das wird dann mit Reis gegessen und mit Aguacate, Avocado, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt. Und auch eben mal, ich komme von den Sibao, das ist in der zentrale dominikanischen Republik. Dort isst man Sancocho mit Bananen. Und heute werde ich ein bisschen Sancocho haben. Ah, ich verstehe. Unsere Küche hat sehr viele, da wir eine Insel sind, haben wir ja auch Sachen, die von dem Meer kommen. Wir haben sehr viel Platanos. Dominikaner mögen sehr viel zu essen. Gutes Essen ist sehr wichtig für uns. Okay, gut. Also, haben wir was Neues dazugelernt? Kannte ich selber noch nicht. Wir gucken mal, ob wir das nachkochen können. Sancocho. Genau. Schön. Du kannst das suchen in dem Internet. Sancocho. Das werden wir mal machen. Karnisches Sancocho. Absolut. Sehr schön. Also, ich kann da nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und an alle, die jetzt hier zuhören und doch noch eine Frage offen geblieben ist. Schreibt eure Fragen in die Kommentare. Wir werden das dann weiterreichen zur Beantwortung. Und es wird ja auch Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Webseite eingeblendet für jemanden, der noch mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen möchte, weil er sich jetzt wirklich für diese schöne Insel interessiert. Also, ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit. Und dann genießen Sie das schöne Wetter. Bleiben Sie fröhlich. Danke, danke, dass Sie mir diese Opportunität gegeben haben. Danke Ihnen. Ciao. Tschüss. Haben Sie ein gutes Wochenende. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. Beide. Beide.